Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denjenigen hier vor Ort, die diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben. Allen voran den Organisatoren im Kriegerkreis des Bündnisses Pott umverteilen hier in Bochum. Und ich möchte diese Perdonen, die verantwortlich zeichnen, für diese grandiose Veranstaltung gerne auch in diesem Rahmen von mir nennen. Allen voran für den Kinder- und Jugendring Rolf Geertz, für den Bahnhof Landreher Rolf Stein, für den DGB Bochum Melanie Meier Michael Hermund, für den paritätischen Holger Schelte, für IFAK Kemal Bosei und für meine eigene Organisation, für den Verdi-Bezirk Bochum-Herne, meine Person, ich heiße Gudrun Müller und stelle mich hiermit jetzt auch euch vor.